servus leute ich habe mich mal zu einer ganz entspannten schnitttechnik bei diesem video hier entschieden und fast gar nicht geschnitten eigentlich gar nicht geschnitten und ich muss mich für die bildqualität entschuldigen ich habe meinen aufnahmeprozess so weit vereinfacht dass er gar nicht mehr stattfand deswegen musste ich die aufnahme von twitch rippen aber das waren zwei so coole runden mit zwei so geilen unique endcircles dass ihr euch das trotzdem nicht vorbehalten wollte und deswegen sage ich viel spaß bis hoffentlich im nächsten stream oder beim nächsten video haut rein und wie bald warum ist hier so toter hose alter irgendwo hier war der flergern stand aber weiß nicht genau wo schatz das ist die flergern ja ich sehe sie ganz dahin wollen wir dahin fahren ja ich würde schon dahin fahren kannst du es markieren keiner noch weiß wichtig ist das dahin hier weiter links da steht das auto ah ja da ist der genockte auch oder was ja die sind beide hinterm auto einreifen platt einer läuft nach hinten weg 100 meter vor dir der ist schon revived alter ich sehe leider nichts von ihm ausgebotet ausgebotet der verkauft sein maitner er den so easy reviven war der cyanide nein ich denke es kommt aus den löchern gekrochen hier wie sie oder dass da ein typ kommt er hat eine gute weste deutlich besser als meine ich nut den anderen noch ich hole mir den killi von dem und eine auf ich glaube einer hatte noch eine mk ich frage mich also wenn ich die will das hat eine mk ja gönjamin das war so dumm ne der war vor mir und ich muss prone gehen zwecks reloaden und so ne der zweite von denen jetzt meine ich warte ich nehme den buggy und wir konnten uns beide nicht hitten ohne scheiß weil beide im headquitch waren weißt du so dumm beide haben in die erde geschossen ich und er so dumm so dumm so dumm so dumm so dumm so dumm ja und zuerst naja oder auch nicht bei steck einer links einer rechts einer palme selbe palme um sie der andere ist ja fieber da außen welchen hast du noch? den rechten glaube ich das händler gestoppt down der chick 99 schwuler Name alter ich bin am russlauen 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 wir haben ja auch ein compound du kriegst bestimmt auch ein helm aus wenn wir das auto noch mit können kastenhelm schon ich bin gerade eben was rein gegangen da von einem anderen typen doch das war auf den hill hier vor mir gehen der markierte sehen wir mehr ich sehe ein spieler im zonenrand er hat auch noch irgendeinem zonenrand geschossen der hilli ist op schade dass er nicht mehr drin ist ich warte auf dich hier ist ja noch ein ist denn ich sehe in der auch ein gilie headshot wo ist denn da scheiße kann ich nicht mehr kehren hier auf dem hill das hättest du sehen sollen ich habe gleich ein nade lol ich bin in trouble ich bin nicht mehr in trouble da sollten wir jetzt kommen zeit ohne ende zwei stück dahinten links noch eine bergwanderung ich will nur dass er mein scope geht ich sehe einen auf 295 nein das geht es nicht beide mega low danke das war der am baum oder ja ah zone kommt fuck wuhu jetzt muss ich rennen zone 5 alter laut der hill geile so wird die macht der andere fuck 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 die machen sich gar weg alter was versuchst du den mittestabstand zu mir zu halten was ist denn hier irgendwo ich war eine crazy zone geil oder irgendwie hat es was können uns zwar noch vollen arsch beißen hier oben aber oder halt uns das ist ja aus dem haus oben aus dem kron ja 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 hab's gesehen hab's gesehen kann ich auch nicht richtig overpeaken ist besser boah der hat den zweiten auf die hier hits gekriegt tot der hat gar nichts mehr da drüben sondern loll ne ich hab jeden scheiße Shot genommen auf die base ich bin drin du kannst nicht revive ich bin safe nice was für ein ending oder geil man also beherrsch dich die den loot hochgemacht oder was dann und bei den hallen außerhalb von milder ist auch was gelandet nur dass du bescheid weißt gell und ich gleich wieder wehens kleine krippel 1 feuerneich rennst du hallo 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 bist du konzentriert dass du nicht stirbst legende abgeschackte legende oh mein gott ich kann nicht rein wollten muss ich komme das heute werde ich gemacht hätte so ein ficker scheiß diesel dieses spiel kotzt mich an die dreck das destroy faktor war schon da ist gerade bei dem film wie fühlt man sich denn so als destroyer als welpenzerstörer ist ja gerade das quill weil du einfach immer in kontrolle bist weißt du ist das halt am spielen ich bin jetzt echt 10 häuser durch und hab keine weste bei mir sind tausend einser wissen ich erschreckt hab ich dich hab ich dich hab ich nicht hier ist sogar eine zweierwesten ach ne das ist was anderes das ist eine waffe das ist eine waffe hier hat die zwei weste hier noch kennst du diese soft kekse mit soft keks mit orange ja frag ich aber was ich hab gewinnig himbeere himbeere alter du hast die mick himbeere ja alter ich leg hier rum heftig vorhin ich wollte zu dem genockten rein wollten ich hab zweimal wieder raus gezogen ich hab übelst paket verloren ne paket verloren nicht aber du bist schon im richtigen haus ich geh jetzt zu der haufe hier ist auch einer ich hätte gerne waffe alter long range mäßiges teil hab ich auch nicht also schade die haben angehalten irgendwo dahinten wollen wir die uns holen wollen wir die uns holen lass dahin einer rennt auf der straße oben woher 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 ahja hat sie im auto gehalten ich verstehe es nicht was geht bei dir ab bist du safe party alter was geht denn da hinten ab wir rennen raus und hier ist die größte halligalli alter der hat auch eine bolt hat schon wo ist der hier loll wie er wegflickt der bot es ist witzig wenn sich ein bot so ruckartig wegdreht bei der garage zwischen uns ist einer witzig das schadig ich hab ihn weggemacht wie ein butterkuchen hallo hallo ist peter hier dieses spiel ist so langweilig auto dieses spiel komm lass uns gehen ja ok sparen wir hier hin können wir ja ich hab ihm eine molly geschmissen ja warst du das bist du unten durchgefahren wie fahr man da im blödsinn also an der straße entlang also ja doch nix von mir so 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 Jaa Oh, Aim Punch des Zorns, Mann. Ist tot. Welche Halle? Die Halle dahinten. Haben die gefightet. Die da markiert? Ja. Warum pushen die uns nicht? Der hat auch ne Flager abgeschossen. Nice, Alter. Bevor ich sterbe. Ich hab dem Sohn den schönen Flickshot gegeben, dem Typen, den du gekillt hast, und er gibt mir Aim Punch. Ich hasse dieses Game. In der Garage. Boah, wo ist sein Mate, Alter? Weitere in der Garage. Nein, was macht denn der für ein Scheiß-Movement in der Rede, Alter? Kommt ein Auto. Ich werde überfahren. Die in der Halle peaken. Ganz unregelmäßig nur. Hier sind schon wieder zwei Spieler. Der kader. Der kader. Wir sind nicht hier. Wer hat denn da noch? Ich brauche nix, ne? Ich brauche nix zu Entmecken. Zwei Autos Glaubst du ich könnte die killen alter Das Team ist down, das Hallenteam lebt immer noch Das gibt's nicht Das Hallenteam lebt noch, du hast auch Stress ne Ich hab hier zwei Files Wie sie abgeht alter Sound Die fahren weg, die Schweine Komm lieber mal zu mir, ich hab zwei Gegner vor mir Ich komm Was ist mit der Smoke? Die sind direkt hinter den Smokes Bist du noch weggefahren oder war das was anderes? Super, solche Pisse alter Bist du weggefahren oder? Ja Alter was war denn hier grad los man What the fuck Das war voll geil ey Das hat voll Fun gemacht Du wieder Ja Hat's halt einfach Ja lass es laufen oder? Oh stimmt wir haben noch ne Karre, wollen wir die mitnehmen? Brauchst ein Kompi, der hat noch einen Naja alles gut Machen wir jetzt mal ohne Karre oder? Alter wie ich Flicks verteilt hab links, rechts alter Hohoho Geil Mann Das ist einfach meine Flicksense ne? Der eine Sense mit der kann ich echt flicken wie ein Gott Und jetzt bitte Ich habe die mitnehmen Das ist einfach meine Flaps Ich bin sicher Oh, was? Oh, was? 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 We are the Die einfach überall Gegner waren, Alter, war das geil. Aber so mit ausreichend Deckung, sodass du halt was machen konntest, ne? Markier uns mal das Moped da, vielleicht bauen wir es nicht. Wie viele Kills hast du? Fünf. Was? Habt sieben. Aber die anderen zwei Schwurgelein sind ja abgehauen. Ja, die von der Halle, ne? Da hast du solche Deppen, Alter. Moped bauen wir nicht mehr. 18er Life, Baby. Alter. Die Backsteine bekommen, die Pisser, Alter. Die Bretter bekommen, ey. Ah! Aus dem Haus, oder? Oh Gott, es leckt. Ja, ja. Zwei Hits. Linkes Fenster. Hm. Ich hab gar keinen anderen gesehen. Sind zwei Bar, beide da. Dahinter ist auch jemand, ganz weit hinten, hinterm Haus. Das ist jetzt ein anderes Team. Das ist ein bisschen circlen, die wissen alle, wo wir sind. Auch die hinterhalb, vor allem. Da ist einer ganz rechts außen, am kleinen Gebäude. Das ist ein bisschen Klaustraum. Wir sind Klaustraum. Herzschraubige, glaube ich. Wuste kurz. die langweiler sind doch schon da drin oder ja entweder links oder rechts oh mein gott danke nice save komplett anders angehört komplett also der hat mir jetzt fast die drei besser weggeballert seiner umfälle der war sogar hinter dem gebäude ja das war doch voll der fail oder audio fehlmann aber dann sind doch die zwei jetzt immer noch da oder die anderen in häusern ja die müssen daraus was man verschieben gleich gefährlich hier zu spielen weil ich nicht weiß ob die anderen bei mir ist irgendwo einer ich glaube in dem kleinen gebäude hier wo wir herkommen ach so da ja richtig und die anderen hinten auch die gapi kalt mal zu gefährlich aus den häusern schießen sie raus sei die pussis ist der jetzt in der check drin oder ja ja und hier in der häuser fieken auch auf uns aber hinter der check oder sind viele spieler gerade auf mich fokussiert ich buch den check geil scheiß drauf ich habe molly der eine ist ausgelootet schmeiß den molly rein scheiße was ist nicht drin er ist ja nicht da drin einer noch von den hinteren scheinbar die ist nicht gekillt ich buch jetzt die anderen passen wir ein bisschen nach hinten auch bitte hinterm stein aber ich krieg dich nicht mehr ich bin gleich drin alles gut danke von mir ist halt mehr abhängen müssen aber der schoss so weit hinten deswegen dachte ich der ist weiter hinten meine rest ist komplett gut ist es jetzt erklärbar wo der andere typ hin ist also keine ahnung also einen habe ich da oben genockt der ist direkt ausgeblutet hier ist gerade was gewandt bei mir noch ein 3er helm angeschossen den brauchst du nicht oder was hier war auf jeden fall irgendwas wo ist der hin alter das stimmt da rein kann man da oben drauf springen ich denke nicht ja ah wie geil das ist ja cool man das ist voll cool hier oben ich will hier nicht mehr runter oh mein gott wie du da oben rein kannst ich gehe hier nicht mehr raus ich lasse mich von der zone killen ist einfach zu schön hier gleich kommt ein molly hier oben rein oder eine nade boom ohne scheiße ich ich rufe hier nicht weg alter was für eine trollzone man ich glaube ich spinne warum kann PUBG nicht immer so sein wie heute das sind doch geile endcircles oder das wäre so lustig wenn das jetzt vier solos sind das ist jetzt keine players was war das schießen okay okay da läuft einer hier hinter dem dinosaurier hinter dem t-rex das ist eine kleine box da unten da ist einer los direkt hinter der box liegt er ich bin bei uns auch entstanden ich bin nicht durch die skitter durchgekommen ein duo schätze ich ist es jetzt noch ich komme nicht raus nur noch hier was für idioten was für geile endcircuits haben wir einer ist das nicht geil man ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Untertitelung des ZDF, 2020